Und nochmal eine sonnige Nachmittagsgrüße, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD-Live-Trading-TV am Nachmittag 16.35, 2. Juli. Die Amerikaner befinden sich kurz vor dem Feiertag, vor dem verlängerten Wochenende. Und hier gehen so ein Stück weit die Motivationen baden, nachdem ja die vorbewerbslichen Indikationen ganz gut aussehen, nachdem auch die Daten vom US-Arbeitsmarktbericht, der ja heute vorgezogen kam, wir hatten das vorhin in der Sendung besprochen, ja gut ausfielen, beziehungsweise einerseits gut in Sachen arbeitslosen Quote, dann andererseits wieder schlecht in Sachen neu geschaffener Stellen. Da darf man sich wieder das rauspicken, was einem der Markt oder was der Markt einem hergibt. Letztlich verschnupfen die Amerikaner aktuell und die Tendenz, dass der Index die Möglichkeit hat, in Richtung 2100 Punkte, 2098 anzuziehen, erübrigt sich mehr und mehr. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im Live-Shot an, bevor wir dann abschließend nochmal auf den DAX schauen. Wir haben nämlich hier diesen Widerstandsbereich bei 2085 Punkten erneut bestätigt, heute ganz frisch, faktisch, definitives Widerstandslevel. Hier geht nichts drüber, wenn der Index darunter bleibt, sind weitere Verluste zu favorisieren. Und jetzt vom Wochenende, verlängertes Wochenende, wieder mal Griechenland übers Wochenende, große Fragezeichen. Betrifft die USA zwar Territze ja mal überhaupt nicht, was in Griechenland so vor sich geht, aber generell ist es so, dass die Amerikaner sich hier vor dem verlängerten Wochenende, wenn denn jetzt hier dieser kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen wird, an dem wir jetzt hier direkt ranlaufen im Stundenchartintervall der 24-Stunden-Indikation, dann, und das sieht jetzt gerade schön aus, wir gehen gerade nach unten raus, dann kann es hier noch einen kleinen Pullback möglicherweise geben, aber eigentlich sind hier die Zeichen in Richtung weiterer Korrektur gegeben. Der Tag heute also grundsätzlich eher unter weiterem bärischen Vorzeichen. Nach unten ist da recht viel offen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es hier wirklich nochmal großen Verkaufsdruck gibt, weil jetzt gibt es nichts mehr, was den Markt rein fundamental bewegen dürfte. Aber technisch gesehen haben wir hier einen Deckel sozusagen obendrauf und der S&P müsste hier entgegen der positiven Wochentagsstatistik, welche wir ja vorhin im Stream auch darstellten, jetzt wohl weiter doch wieder nach unten abdrehen. Das kommt jetzt dem Tagesschart auch zugute. Da sehen wir nämlich auch hier das punktuelle Scheitern gestern, Schrägstrich zum Montag und eben auch heute hier am Widerstandslevel 2085. Insofern hier auch dasselbe Bild unterhalb dessen. Sie sehen, im blauen Tendenzfall bleibt die Lage bärisch und hier ein direkter Ausverkauf hat sich nicht ergeben, sondern eben 2067, Schrägstrich drunter, dann sogar bis 2045, 2046. Aber das ist ein Stück zu weit spekuliert jetzt, sage ich mal. Das wäre die Ausdehnung, wenn es hier wirklich jetzt rigoros nach unten geht. Aber generell haben wir hier die Situation, dass jetzt erstmal der Index auf jeden Fall wohl weiter zurücksetzen dürfte. Auf jeden Fall ist es immer ein bisschen spitzzüngig betrachtet, aber Tatsache ist, hier scheint dem Index jetzt die Luft eben auszugehen. Die positiven Vorgaben werden hier nicht gekauft bzw. nicht weiter ausgebaut und das lastet natürlich sichtlich auf dem Index. Gleiches beim DAX, der sich hier zugegebenermaßen an den Fahrplan hält, den wir auch vorhin schon aufgeworfen haben. Wir haben jetzt hier nochmal den Chart, den klassischen Guidance-Chart. Auch hier sehen wir einen ähnlichen Deckel, der eben hier dann aber im Bereich 11.250 Punkte verläuft, und da sind wir heute Morgen noch nicht mal weiter ran gelaufen, sondern haben jetzt auch hier direkt Kurs auf diese Aufwärtstrendlinie genommen, die hier auch zur Disposition just steht. Der DAX handelt morgen durch, sprich wir haben hier in der JFT 24-Stunden-Indikation eine fortlaufende Fortschreibung. Das könnte sich jetzt entsprechend weiter ausdehlen. Wir haben jetzt noch eine gute knappe Stunde Handelszeit bis zum Xetra-Handelsschluss. Gegebenenfalls knallt der Index jetzt sogar direkt durch oder aber versucht sich hier zu stabilisieren, läuft dann ein Stück weit seitwärts im asiatisch-pazifischen Handel, um dann morgen definitiv hier nochmal die Marke von 11.940 Punkten zu testen. Das sieht auch beim DAX so aus. Also restliche Tendenz für heute, Schrägstrich für morgen eher wohl wiederfallende Notierungen. Wird spannend, Freitag ja auch statistisch nicht gerade ein bullischer Tag für den DAX, eben jetzt hier auch insbesondere vor dem Wochenende und diversen Griechenland-Spekulationen, ist das immer so ein kleiner Fallstrick, sich dann hier so ein Stück weit aus dem Fenster zu lehnen. Und das dürfte wohl auch diesmal wieder so sein. Und wir schauen uns kurz die Wochentagsstatistik an. Zu morgen 40% positiver Schlusspreise. Der Donnerstag eigentlich ein sehr, sehr bullischer Tag. Da können Sie schon mal einen Prozentwert abziehen, wenn der DAX jetzt hier kein starkes Reversal mehr vollzieht. Also insofern sieht das hier alles mal gar nicht so positiv aus. Gerade auch für morgen denke ich auch, der DAX dürfte hier schwächer reinkommen und wahrscheinlich auch dem Tag über schwächer verweilen. Das werden wir aber morgen noch mal im Detail betrachten. Ich sage jetzt erst mal danke fürs Zuschalten. Liebe Zuschauer, wenn Sie mögen, dann eben morgen 9.30 Uhr das Devisenradar und dann noch ein, zwei Sendungen im Nachgang. Schalten Sie an, bleiben Sie informiert. Ich sage erst mal einen schönen Feierabend für alle, die zuhören, zuschauen. Gute Sonnentankung noch jetzt. Das ist ein wunderbares Wetter, nutzen Sie dies. Ich sage bis später, Ihr Christian Kämmerer und Tschüss.